Hoher Besuch zum 150-Jährigen der Bayer AG in der Messe Köln. Dr. Marein Deckers, Vorstandsvorsitzender, und Werner Wenning, Aufsichtsratsvorsitzender der Bayer AG, begrüßten zusammen mit der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Ein Gang durch die mobile Jubiläumsausstellung, die weltweit gezeigt wird, machte zunächst Bayer-Themen hautnah erlebbar. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch von Bayer wurden die Ehrengäste mit großem Applaus von den etwa 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur begrüßt. Das zweieinhalbstündige Programm wurde musikalisch eröffnet von den Bayer Philharmonikern. Als weiteres Highlight präsentierte Bayer die filmische Übersetzung seiner Mission Bayer – Science for a Better Life. Höhepunkt der Veranstaltung eine Performance, bei der die Botschaften von Bayer künstlerisch dargestellt wurden. Von der Forschung bis zu den weltweiten Themen Gesundheit, Ernährung, Energie und Ressourceneffizienz. Den Abschluss bildete dann der Auftritt der jüngsten Sportler des TSV Bayer 04, die gemeinsam mit Bayer Mitarbeitern den neuen Bayer Song auf die Bühne brachten. We can make it better all together. Aho, 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 Aho!